Hallo, ein herrlich leckeres Essen, herzhaft lachen unter netten Menschen und dabei auch noch ein bisschen was lernen. Bestimmt haben Sie sich auch schon überlegt, am 8.7. bei der großen Knigge-Dinner-Show im Shopping-Center im Maaßen im Bankettsaal dabei zu sein. Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie es, buchen Sie es, es wird ein wundervoller Abend. Und wenn Sie Lust haben, mich schon vorher kennenzulernen, Meet & Greet mit Knigge-Migge-007, Am Sonntag bin ich bei Ihnen im Shopping-Center mit einem großen Stand, mit Lecker-Sekt und mit ersten Tipps zum Dinieren à la 007. Ich freue mich auf Sie. Bis Sonntag und mit Liebesgrüßen aus, äh, nee, nicht Moskau, aus der Nähe von Düsseldorf. Bis Sonntag. Tschüss.